Es geht doch. So. Jetzt mach ich jetzt mal frei. Ich hab immer Ärger mit dem Ständer. Es hängt hier. So. Jetzt. Brille weg. Ich seh euch. Die Handschuhe. Ich fühl euch. Der Ruhe. Beruhig dich. Das Mändelchen. Den Schal. Die Hosen. Nein, nein. Nein, nein. Also ich freu mich, dass ihr das schön abfeiern könnt heute. Warte mal, ich muss mal irgendwie... Ja, okay. Ich denke, jetzt bin ich richtig. So. Also das Wetter... Nee, wir gehen nach vorne. Hier. Ja, hier ist besser. Okay. Das Wetter ist gut geworden. Glück gehabt. Und ich muss sagen, ich fühl mich hier sauwohl, wollte ich nur sagen. Ja, manchmal, ja nicht. So, und jetzt kommen wir zu einem Titel. Den kennt ihr ganz bestimmt. Ich darf dazu nur sagen, wir müssen für alles bezahlen. Für die Frau, für die Kohle, für das Auto, Schwiegermutter und so weiter. Aber es gibt etwas, was umsonst da ist. Und das ist Spaß. Kennt ihr vielleicht von der NDR Silvester-Sendung. Und wir üben das erstmal. Mal gucken, ob die Gitarre... Oh, sie geht. So, wir üben das mal. Und ihr wisst sofort, um was es geht. Spaß ist für alle da. Erstmal probieren.